Heyo Leute, Crymax hier und heute werde ich euch zeigen, wie ihr euren Kollegen über die komplette Map sliden lassen könnt. Dieser muss sich einfach nur an einem Baum verschanzen und ihr fahrt ihn quasi an mit einem Sportwagen. Dieser muss natürlich besonders tief sein, damit ihr ihn nach oben hebt und dann einfach wieder loslassen und dann setzt auch schon der Klitsch ein. Ihr seht es hier, ich lasse meinen Kollegen über die komplette Map sliden, also es könnte wirklich endlos weitergehen. Ist allerdings nur eine optische Täuschung, heißt er bewegt sich nicht wirklich hier so über die Map. Weil für ihn, aus seiner Perspektive steht er immer noch am Baum und wenn er sich wieder bewegt, dann wird dieser Doppelgänger quasi von ihm auch weg sein. Ist aber allerdings richtig geil, um andere Spieler zu trollen, könnte ich mir vorstellen bei diesem Klitsch. Ich hoffe einfach, dass ihr mit dem Klitsch Spaß habt und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax. Bis dann!